ich hab nicht so ganz wie ich es will ach du scheiße ok noch eine info zu den drohnen ein schuss schaltet sie aus aber wenn sie mehrmals getroffen werden geht ihre sprengladung am richtigen ort zur rechten zeit du weißt schon das ist ja eigentlich nur doppel ja von den dingen gibt es anscheinend extrem viele drohne daten unauffällig so das ist vorher so das ist vorher das zu tun wieso der usb stick wurde mit einer militärischen variante der ds verschlüsselung dreifach gesichert es ist dieselbe verschlüsselung die sadiq in miraba einsetzte gut aber charlie der bringt nichts und da gehen wir uns jetzt mal hoch die 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 Schlapper? Schlapper? Ich brauche keinen Arsch mehr. Wo ist denn hin? Da rüber? Und dann. Ich sehe, dass du dich der Anlage näherst. Über das Dach kannst du da reinkommen. Gute Nacht, du hast auf den Bildern. Die Puppe ist das gleiche. Relax. Die Flan will aufschöne und we werden weg. Ich werde nicht entschöne, bis wir aus der Lande später sind. Der erste Schritt nach raus. Der schneller wir nach die Schritte dieser Schritt kennen, besser ist. Alter Alter Kann ich dein Ernst sein? Komm näher ran, du Sau Hör Noch ein zweiter Dritter oder sowas Komm raus, komm raus Wo immer du bist, du Sau Scheiße Ich kann mich abballern Digga, komm mal her Ja Mach mal so Zack Oh, da drückt jemand Was ist das? Mach doch einfach Junge, mach doch einfach So, hier Ja Muss gedrückt halten, ey Okay, gut Schon mal Ich komm wieder oben lang Super Funktioniert Gehen wir halt täglich Also ein Gegner haben wir hier, zwei Gegner Arme Sau Wir haben es jetzt mit Profis zu tun Wir haben die Wachmannschaft der Anlage sauber ausgeschaltet Nicht nur die Wachen sind tot, auch alle Systeme Ich muss ihren Hack hacken, um die Tür zu öffnen Sonst kommst du nicht ans Zeug, dass sie da reinschütten Gib Gas Sorry Sam, dauert noch ein paar Sekunden Geschafft, du kannst weiter Sam Wieso kann ich den jetzt wieder schon nicht sehen? Wieso kann ich den jetzt wieder schon nicht sehen? Sam, die pumpen ihr Gift an zwei Stellen rein. Ich kümmere mich um sie, wenn wir das verseuchte Wasser in der Anlage halten können. Ich versuche das Abflussventil zu schließen. Mach das, wir haben 10 Minuten, dann ist der Wasserspiegel kritisch. 10 Minuten Zeit, eigentlich ist das für. Okay, jetzt ist es erledigt. Ich muss uns ein bisschen weilen jetzt hier. Na los, so ist fein. Den kriegst du gar nicht daumen, aber was? Das ist ein Bullshit. Ich muss wahrscheinlich den Nahkampf ausschalten. Wie komm ich denn jetzt da hoch? Das ist ein Bullshit, Alter. Die erste Pump ist aus. Charlie, was ist mit dem Ventil? Keine Ahnung, ihr Hacker ist gut. Schließt mich dauernd aus. Aber ich habe noch ein paar Tricks parat. Gute Neuigkeiten, Sam. Den Blaupausen nach ist unterm Kontrollraum ein Wartungsschacht. Durch ihn kommst du von einer Seite der Anlage zur anderen. Das ist eine gute Neuigkeit. Aber ich wüsste gerne, wo der Wartungsschacht ist. Alter, hier ist kein Wartungsschacht. Scheiße. Der kann hier überall sein. Rättern wir halt wieder hoch. Verdamm ich. Alter. Müsste so ein Biss. Scheiße, die wissen, dass ich da bin Alter, lass dich doch einfach fallen Wie ist das denn zu fassen? Ach komm Ich kümmere mich um sie, wenn wir das verseuchte Wasser in der Anlage halten können Ich versuche das Abflussventil zu schließen Mach das, wir haben 10 Minuten, dann ist der Wasserspiegel kritisch Zack Zack Da ist der Ola Pro 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 Da ist der Ola Pro